moin moin leute und willkommen zurück ja das letzte video etwas kurz zu starlink jetzt ist auch alles runtergeladen und wir gehen direkt in den weltraum los geht's und also müssen er drücken zum fliegt na ja was wir rauskommen schon ganz nett aus okay wir sind im weltraum dort ist die equinox man kann ja wahrscheinlich die ganzen planeten hier bereisen irgendwie wir sind schon recht schnell auf x hat man ein schild und auf a kann man halt fliegen y ist zum analysieren von verschiedenen sachen wir sind gleich da er gleich gleich und gleich schon ich weiß nicht ob sich da noch was dazu sich verändert hat dadurch ist das runtergeladen hat dass ich die grafikqualität verbessert das kann ich gerade nicht sagen wir sehen tue ich das so müssen hin okay ich komme auch automatisch rein ich habe so lange darauf erwartet vor vielen jahren sah ich diesen moment voraus die hüter zeigten es mir und jetzt kommt das geschenk die zeit ist reif nova zu ernten als die hütergötter vor langer zeit verschwanden nahmen sie das nova geheimnis mit sich sie werden nun meine legion füttern hören sie sie wollen nova kein problem aber zuerst muss ich zurück zu meine crew ihre crew ist verloren sie zeigen mir die man übermacht und sie werden vor ihrem hüter kniehen das war mal eklig danke judge ob sie weiß was sie macht okay sieht alles gut aus wow diese starlink technologie ist erstaunlich damit sind wir gegen wolf im vorteil das ist das mindeste viel glück rock'n'roll leute haben so ein bisschen was von der wuppet show die figuren finde ich auch ich habe kontakte die wissen vielleicht wo sein grand ist reden wir zuerst mit denen ich glaube nur was ich sehe die legion hat eine hierarchie und von irgendwo bekommen sie befehle knacken wir noch ein paar von denen dann werden wir sehen nicht sehr diplomatisch doch es könnte klappen worauf warten wir fliegen wir los ja gut ja wir spielen natürlich die hauptkampagne aber wir spielen die fox by cloud kommt ja bitte den schiffskomputer öffnen okay jedes mal wenn du einen fertigen für eine waffe oder ein schiff bekommst kannst du hier neue fähigkeiten und vorteile für den kampf erhalten sehr gut also wie gesagt die springer auf kareed und die drakes die shade angegriffen haben gehören zur legion also hat die legion etwas mit sandgrans entführung zu tun ja das bedeutet dass sie jemand kontrolliert wir müssen nur herausfinden wer das hört sich an wie dieser prospector den ich kenne der alte mann aus haven fasst ständig was von der legion hierarchie klasse Los, reden wir mit ihm. Halt, 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 halt. Ich meinte, das klingt verrückt. Sind alle Menschen so doof? Ich habe die Entführer St. Grants gesehen. Das waren keine Roboter. Wenn dieser Typ eine Theorie hat, sollten wir sie uns anhören. Schön. Mit Eli reden meinetwegen. Nur zu. Aber Vorsicht. Er ist leicht reizbar. Sicher, dass das nicht nur so ist, wenn er mit dir redet? Oh, also entdecke ich da etwa einen Sinn für Humor? Gut zu wissen. Oh, eine Sache noch. Der Hyperantrieb ist wieder online. Aber fliegt nicht in Asteroiden. Die Anzahl unserer Ersatzteile ist begrenzt. Super. Danke, Razer. Okay, da können wir hin. Aber wir werden einmal ganz kurz reingehen. Und zwar... Belogenfährlichkeiten da. So, jetzt haben wir ein paar Punkte bekommen, beziehungsweise einen. Was können wir hier ändern? Ah, die Kosten 1. Okay, was ist das? Verbessern. Informationen bleiben. Als absoluter Teamplayer lässt sich Fox von seiner Crew inspirieren. Gibt es 10% mehr Schaden? Der improvisierte Kampfsee von Fox hilft, die Fähigkeitsaufladung zu gewinnen, wenn er Elementkompass aufhüllt. 100% Fähigkeitsaufladung. Max überlängt zu seiner Freunde und verbessert die anfällige Speer. 100% Schaden. Die Angeborene vom Vater geerbten Flieger fällig von Fox erhöhen die Schissenergie um 10 pro Stufe. Fox bei Stizien und kämpft weiter und fliegt bei kritischer Gesundheit mehr Schaden zu. Ja, wir machen das hier. Gelernt. Super. Okay, los geht's. Hyperantrieb. Okay, jetzt sind wir allgemein schnell. Ich dachte eigentlich, es geht schneller, aber... Noch schneller geht's nicht. Gerade. Worte trotzdem noch ewig. Warnung, Outlaw Hyperraumfalle im Anflug. Was? Okay. Ich werde nochmal angreifen. Starlink Datenbank aktualisiert. Oh, warte. Warte. Aussteigen, aussteigen. Wir sind erledigt. Weg hier. Tja, legt euch nicht mit Fox beklautern. So, wir fliegen immer schnell ein bisschen auf dem Asteroonengürtel. Äh, Astero... Asteroon. Den Kometengürtel. Was ist das denn? Wann? Was ist das hier? Fragezeichen auch? Ich orte ein paar Wracks bei deiner Position. Vielleicht solltest du das prüfen. Mach ich. Weltraumtruck. Weltraumtruck. Uh. Was soll ich jetzt hier prüfen? Ach, guck mal. Ist ja noch irgendwas, was ich brauchen kann. Wohl. Viele kenne ich ja nicht. Da unten. Ja, und ist auch noch an. Oder gehen wir? Was ist das denn? Oh, wieder anhalten. Okay. Okay. Oh. Oh, oh. Oh nein! So, ich habe Respawn beim Planeten. Okay. Okay, das ist natürlich krass. Man könnte jetzt noch ein Schiff raufpacken. Das können wir aber nicht. Also ich habe kein anderes Schiff. Deswegen. Wie lernst du? Sprechen wir mit diesen Piloten. Kanal offen. Wie geht's? Es scheint Probleme zu geben. Weg. Sonst schlage ich zu. So kann man sich natürlich auch bedanken. Ach, was weißt du schon, Snootirn? Vielleicht lock ich so lieb, schätze ich meine Wanne. Aber da war ja schon mal hier. Oh. Du darfst ja gerne ein wenig auf sich. Was ist hier los? Okay, machen wir nochmal. Krass. Ich habe gerade mein Rausch und Schwier verloren. Krass. Ich habe gerade mein Rausch und Schwier verloren. Boah. Hände mir. Aufhörsinn. 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 Aber so ein bisschen aufpassen, wenn wir hinter einem sind. Wirklich schnell. Meist. Mist. Ich glaube, ich könnte hier wischen. So, einer ist weg. Der zweite. Und der letzten hier. Peppy hier. Peppy. Peppy hat mir zwar geholfen, aber es bricht nichts mehr. Nee, zurück. Das Blut in Ballung wie eine schöne Luftschlacht. Du bist okay, Mann. Trotz eines mitbringten Schiffes. Unsere Schiffe sind gleich groß. Vielleicht nochmal genau hinschauen. Ach, auch noch streitzüglich. Er feilt mir. Bis bald bei. Auf 10. Der Typ macht nur Ärger. Glück gehabt. Die erste Outlaw-Regel lautet ja, erst schießen, nie reden. Okay. Dieser Ort ist voll die Gefahrenzone. Fliegen wir mal runter. Unser Weltraum ist voller Beute, Verstecke und Schiffswracks. Und wenn es etwas abzugreifen gibt, kämpft man darum. Warum waren die Drakes wohl hinter mir her? Das ist das nächste. Der nächste Planet. Wir von der Sposition bleiben nicht ohne Grund in den planetaren Schwerkraftfeldern. Selbst die Prospector sehen den Weltraum nur noch selten. Da haben wir es. Selbst die Nerds haben es langsam raus. So leben wir eben. Sonst ist es vorbei mit uns. Ich habe Haven erreicht, Leute. Wo muss ich hin? Wir suchen eine alte Raffinerie. Augen auf. Die müsste bei einem Fluss sein. Okay. Nein. Die Triebwerk aushaben. So. Gucken wir mal. Also Shade, kennt ihr euch eigentlich schon lange? Nichts für ungut, aber ich kann mir das mit dieser Freundschaft bei euch irgendwie schwer vorstellen. Hey. Von Freundschaft war nie die Rede. Wir trafen uns, als er noch gearbeitet hat. Er war einer der übelsten Kopfgeldjäger in der Gegend. Wer war? Eli ist ungefähr 300 Jahre alt. Er hat wohl zu viel von der Welt gesehen und ist etwas abgedreint. Er schimpfte immer, dass die Welt von dem Crackner gelenkt würde oder so. Eines Tages hat er einfach seine Sachen gepackt und sein eigenes Ding gemacht. Klingt nach mir. Als ich anfing, Starling zu entwickeln, versuchte ich, Gelder aufzutreiben. Alle dachten, ich wäre verrückt. Naja, noch ist das nicht geklärt. Hm. Sie hat einen recht trockenen Humor, die gute Tante da. Erinnert gut flattern, ne? Ja, die Planeten sehen schon ein bisschen abgespaced aus. Was ist das hier? Kann man auch rausziehen? Sternbienenstock. Okay. Das ist ein Steinbienenstock. Ein Bienenstock. Der Honig in diesen Dingern ist offenbar Dynamit. Davon würde ich gerne mal probieren. Okay, nehme ich dir ein paar mit? Wer noch? Weißt du nicht, wofür das Ganze gut sein kann später? Okay. Das Leben hier draußen im Feld kann hart sein. Besuchen Sie doch mal meine Werkstatt. Wir können Ihnen sicher mit Ausrüstung helfen. Okay. Oh, jetzt haben wir die Werkstatt. Okay, da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Aber da können wir jetzt erst mal hinfliegen. Mal sehen, was die können. Oh, warte mal. Ist auch abgespaced hier, oder? Ich glaube ja auch nicht, dass alle freundlich immer gesinnt sind. Aber das hier scheint freundlich gesinnt zu sein. Okay. So, haben wir zur Werkstatt fliegen? Mit? Da ist die Werkstatt, okay. Okay. Wie ist denn da? Jetzt gehörst du mir. Unser Observatorium wird beschossen. Zur Hilfe, bitte. Ja, du gehörst mir. Moment, wir sind noch verwundbar. Sie können uns hier noch nicht allein lassen. Schnell, da sind immer noch Feinde. So, die Feinde. Da. Das ist wahr. Hey, ich muss Sie bitten, sofort damit aufzuhören. Eine mehr Feinde? Auf einer. Das geht leider nicht. Keine Feinde im Bereich. Gute Arbeit. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Gerne doch, gerne doch. Starlink-Datenbank aktualisiert. Rechnen wir mal den. Oh, hallo. Ignorieren Sie mich. Ich schufte nur an der vordersten Front der Galaxieerkundung. Okay. Wollen wir die Hilfe mal bitten? Ich erforsche, wie Sonnenschreiter mit ihren Beinen so kraftvoll aufstampfen können. Könnten Sie ein paar ausgewachsene, wilde Exemplare für mich scannen? Klar. Ich bin dabei. Ich habe einen Analysator für Sie vorbereitet. Nehmen Sie ihn mit, dann legen wir los. Wo ist der Analysator? Da vorne, okay. Geht da mit? Hab ich dich. So. Bei dem müssen wir jetzt die Dinger finden. Oder was? Mit einer Sater-Scan. Sonnenschreiter. Okay, gucken wir mal nach, ob wir ein paar Sonnenschreiter finden. Wann ist diese großen, die wir gerade eben da unten haben? Annäherung an Analyseziel, Sonnenschreiter. What? Ah, okay. Perfekt. Jetzt der Scan. Hey. Setzt mit mir. Machen Sie weiter. Suchen Sie ein weiteres Exemplar zum Scannen. Okay, mache ich. Ähm, da drüben so einer. Oder? Ne. Neiner. Das kann ja. Genauso aus, oder? Huch. Bekannt. Hätte ich gedacht, dass das jetzt so einer ist. Das sieht auch genauso aus. Ah, jetzt. Analysator-Scan abgeschlossen. Aber noch einen. Wow, der ist wunderschön. Man nennt ihn den Sonnenschreiter. Angeblich ist er aber nicht allzu freundlich. Wollen wir auch gar nicht weiter reden? Noch einen finden? Ja, hier ist gerade keiner. Da ist der, den wir schon gerade gescannt haben. Noch woanders anfinden. Da. Sieht aus wie eine Raffinerie. So, haben wir alle gescannt. Zurück zur Basis fliegen. Beziehungsweise nicht der Basis, sondern zur Werkstatt. Um es abzugeben. Analyseziel Sonnenschreiter. Endlich ein intelligentes Wesen. Ich hab schon gedacht, es gibt auf dieser Welt keine. So. Perfekt. Jetzt sollte ich per Analyse herausfinden können, wie Sonnenschreiter mit ihren Hinterbeinen so viel kinetische Kraft generieren. Hey, dafür bin ich da. Geldepanzerung bekommen. Neuen Mod. Okay, brauchen wir jetzt noch nicht. Dann lassen wir zur Raffinerie eiern. Oh, das war natürlich dumm. Hui. Weiß sie. Reden wir mit denen? Vogelscheuche. Sofort weg hier. Sonst kann das Böse enden. Ganz ruhig. Ich will nur reden. Shade schickt mich. Shade? Die Knallbirne hat mir doch eh nie zugehört. Das überrascht mich nicht. Also, ich hab nur ein paar Fragen und dann bin ich wieder weg. Die Sache ist die, ich lasse mich nicht gern zum Narren halten. Wenn ich was tun soll, muss es sich für mich auch richtig lohnen. Wie nehmen wir die Hilfe an? Meine Raffinerie durchkämmt das Gebiet nach Mineralien. Aber ein paar Sorten fehlen noch immer. Wenn ich eine seltene bekomme, können wir vielleicht reden. Mh, okay. Machen wir. Kein Problem. Alter, das ist fantastisch. Den nächsten Alien-Bro eingetütet. Also, ich kann doch hilfisch. Ich kann was kaufen. Okay, müssen wir suchen. Wo könnten die... Suche nach Mineralien. Prospektor-Mission. Okay. Sagt uns auf jeden Fall an, wo es sein könnte. Und so. Ab und zu. Da muss man was im Dreh nicht ganz raus. Aber grafisch sieht es schon ganz cool aus. Also gerade auch für die Switch, muss man ja sagen. Und wie riesig das Gebiet hier auch ist. Was ist das, ne? Was? Ah, okay. Komm, wir sind die Luftjagen mit. Gut. Ah. Hier im Gebiet? Weil wir kennen das kleine Ding hier. Wenn wir auch alle Ungetüme haben, die es hier gibt. Da würde man auch vielleicht ja in Schwachstellen erkennen. Das weiß ich nicht. So. Die Mineralien, okay. Noch. Nein, viele sind da nervig. jetzt bringen wir schon mal zurück das ist das was er braucht ich bringe und hole missionen ganz simple art hier irgendwie so ein bisschen aber naja wenn es die geschichte vorantreibt wollen wir es machen wien wir haben was zu abgeben jetzt lieferung abgeschlossen machen wir kohle dafür ist nicht schlecht werde ich jetzt punkte halten okay das wird gehen machen wir es so diese raffinerie stößt einmalweise elektron aus für diesen gefallen gebe ich dann eben von zeit zu zeit etwas elektron ab na gut reden wir es geht um einen blick hinter die kulissen die zahnräder unter unseren füßen unser gefiederten feinde hinter den masken so ungefähr ich helfe ein paar freunden dabei ihren captain zu finden er wurde entführt wer auch immer die legion kontrolliert der muss das getan haben ich bezweifle es zeigt sein gesicht nicht gern so heißt er also was hat er etwa diese drakes geschickt drake sind seine augen und ohren er selbst kommt nicht raus es sei denn die finden etwas wirklich hübsches ihr scheint sein interesse geweckt zu haben wieso also nicht etwas für uns beide tun und nachsehen ok vor kurzem ist hier ein legendreich abgestürzt wenn man seinen kern hat kriegt man eine vorstellung davon wie legion und greggs kommunizieren ich bitte um informationen machen wir gut datenbank aktualisiert so werden noch kurz unsere piloten fertigkeiten angucken denn wir können noch einen verbessern so unser schiff hat auch eigentlich neue mods gewöhnlich kältepanzerung und 20 prozent verteidigung ist doch gut ach kann ich nutzen und das super hier haben wir leider auch keine wirklichen mods dazu keine neuen wohl den können wir nutzen los geht's das ist ein fehler herrsch gewölle sie können die knochen ihrer beute nicht verdauen also würden sie sie aus wenn sie ihre macht dann kondensierer hier ich glaube man kann nicht viel machen gut was also auch hier mit alles zerstören aber er bringt anscheinend nichts weiter oben ist ein raumschiff das raumschiff kommen sollen wir ja noch nicht hin diese fliege vielleicht doch hin weiß es nicht hier ist eine kleine station weiter ach so so kann ich meine leute rufen das wollte ich noch mal testen weiß nicht so richtig aber sehr gut zu wissen die benötigte information liegt im innern da kommt man nur mit einem hack rein und nicht zu weit entfernen sonst bricht der hack ab viel glück ok jetzt kommen schon gleich ein paar gegner verstärkung im anmarsch vorsicht streitkräfte unterwegs die stärke hier verstärkung ist eingetroffen helfen wir mal ok ok bekommen wir irgendwas jägerkern oder schüttungsfunktionen sehr gut Glaubt ihr, das ist dieser Grax-Typ? Ach, das ist ein ungewöhnlicher Name. Nicht so viel auf Eli's Geschwätz geben. Er glaubt wohl, dass es wirklich Grax ist, die Legion kontrolliert. Also der, der Grax. Alter, tut mir leid. Ich komm, wiss mir mit. Was ist dein Grax? Ach, eine beeindruckende Kreatur. Der Legende nach wurde er vor Jahrhunderten in einem vergessenen Grab geboren. Oder er lebt auf der Sonne und kommuniziert mit den uralten Hütern. Das hängt von der Geschichte ab. Oh, also ist er der schwarze Mann? Nur real? Das sind nur Geschichten, die sich die Outlaws erzählen. Keine Sorge. Na gut, wir fliegen jetzt mal dahin. Aber für heute war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020